servus und los geht's ja willkommen zurück bei gas station simulator bei der der chef ist der putzdienst simulation hatte ich letztes mal meine dinge priorität nicht anders gelegt tanken machen macht mir okay da ich wieder umgeändert so will lernen vor es stinkt die waschanlage ist hier an ja war schon lange sagen habe ich druck sie sich hier eigentlich nicht wie viel druck ich habe 13 25 42 was soll das bedeuten erhobten hier schon wieder so blöd diese europa reibe unglaublich ja dann mal kurz durchfegen sonst nichts zu tun hoch sorry nicht im weg stehen ich bin der putzmeister bei bei diese sauerei hier immer unglaublich auch noch was noch was komm und papier recht so haben wir noch merken haben wir nicht Toys haben wir noch. Passt aber nichts mehr. Zeitungen würden aber passen. Da bin ich mir sicher. Dass man die auch nicht einzeln reinlegen kann. Dann könnte ich von jedem so was. Ein bisschen was. Naja. Keine Produkte. Brillen haben wir bestimmt. Passt sogar einigermaßen. Die gehen anscheinend gerade gut. Okay, die Süßigkeiten gehen immer. Das wissen wir ja schon. Cookies und Donuts. Die gehen immer. So, kauft mal mehr Schoko. Wovon habe ich mehr auf dem Lager. Habe ich Eis? Ne. Ja, stimmt. Die habe ich aus dem Bahnkorb raus. Letztes Mal. Weil mein Lager zu voll war. Popcorn sind genug da. Dann machen wir einfach Chips. Wie die Waschanlage. Wäscht doch von alleine. Hoffe ich doch. Hoffe ich doch mal. Was meckert der? Oh, die Polizei. Freund und Helfer war nicht zufrieden. Habe ich noch. Habe ich noch einmal Cowboyhut ist noch vorhanden. Leute, ihr habt den Cowboyhut. Der ist gar kein Sonderangebot. Hallo hier, Rocky. Gerade ruhig bei dir, ja? Du hast noch alles, was du brauchst. Oh, das sieht doch gut aus. Reifen vorhanden. Ist auch noch alles da. Sehr schön. Ja, da können wir wohl schon wieder Ware bestellen. Ich meine, wir müssen die Dollars anschaffen. Weil mit dem nächsten DLC gibt es neue Dekos. Viel, viel, viel. Neue Upgrades. Das wird alles noch kosten-deck. Ich habe schon eine Stunde bei mir in der Tanker und immer noch dreckige Schuhe hier schon wieder leer. Warum? Hast du mich veräpfelt oder was? Wer kauft hier so viel Zeug? Oh, Zigaretten sind auch schon wieder raus. Oh, bisschen Cowtabag. Sehr schön. Hallo Nina. Na, wie geht's dir so? Alles paletti mit deinem unsichtbaren Handscanner. So, was macht der Spritvorrat? 500 Liter. Ja, das nehmen wir doch noch 500. Und ich würde sagen, Autoteile haben wir. Wir können Eiscreme bestellen. Hüte können wir bestellen. Und den Rest haben wir eigentlich. Chips sind aus, ne? Chips müssten aus sein. Snacks. Ich glaube, von dem Zeug haben wir genug. Von dem auch. Ach, egal. Nicht drüber nachdenken. Eis habe ich schon. Drei, sechs Sachen. Jawohl. Brillen habe ich. Teddys habe ich. Ne, Teddys gehen. Immer von allem was. D mal fünf. So, Warenkorb. Verbleibende Autos. Machst du Auto knacken. Naja, da bin ich zu ungeschickt für, glaube ich. Das passt. Wahrscheinlich ist Jones schon im Anrollen. Ja, da ist er. Guck. Von ihm spricht. Hey. Verspiegelte Scheiben. Getönt. Von innen. Oh ne, das sah nur so aus. So Jones, servus. Wie geht's der Family? Alles gut. Mach ran den Schlauch. Los geht's. Ja. Was ich noch sagen wollte, schön, dass du wieder da bist. Und wenn du neu hier bist. Oder wieder reinschaust. Wie auch immer. Und das noch nicht gemacht hast. Ich brauche deine Unterstützung. Das weiß jeder. Deshalb sei smart. Lass mir ein Abo. Daumen hoch. Oder einen Kommentar da. Das würde mich riesig freuen. So, ich muss runter zum Krokodil. Aber erst lade ich einen LKW noch aus. Und der nervt ja dann auch immer gleich mit seiner Huperei. So, komm ran jetzt. Gib Gas, Mann. Den ganzen Schmatter können wir auch wegschmeißen. wieso unnötig rumliegt nach dass er mit meinem zeug freut man sich schon aufs größte lage lohnt sich das mal so ausladen dass der da aussteigt und regale hier in die mitte noch oder wie das fte play so nach zum krokodil es wird noch überall gearbeitet das ist sehr schön wenn man runter runter das ist auch immer mein gott sieht sie aus nicht richtig hallo gustav ja ja ist ja gut es gibt ja was zu essen so du auch so fett geworden dass er da in dem rohr stecken geblieben ist sehr schön was macht ihr wohl so hier schnell wieder zu machen weil dann meckern sie auch immer das hier stinkt ist der deckel ja wir hatten mal angefangen zu streichen glauben sind sogar soweit fertig ist auf die eine wand hier durch das regal wegräumen müsste aber f zum aufheben erstmal hier ab dann machen wir das nämlich noch kurz hier so dann haben wir fertig so dann können wir das regal damit anklatschen weiter richtung gedreht so aha wieso ist das da hinten weiß hat doch nicht so habe ich hier weiß gestrichen oder sieht das muss aus wegen der nähe und röbel nein das ist weiß warum ist das weiß falsche farbwahl so jetzt sieht besser die balken hier innen kann man nicht die kann man scheinbar aus kann man den beiden anstrengen das dach also das nicht die innendecke sondern dass es dann aus ist das habe ich schon mal ausprobiert ich glaube zeit eine pause einzulegen meine tankstelle verlaufen so bezahlen und du mach mal bitte pause und dann würde ich sagen macht charlotte die kasse du machst pause dann macht du auf autos reparieren das finde ich toll und tanken kann ich ah ne maria tankt ja noch hallo weg muzzle ja mit der deko sind wir glaubt außendeko und so ist man glaubt komplett durch oder da war glaubt nichts mehr da haben wir alles wieso sind hier schlösser der schmarrn ja das das haben wir alles freigeschaltet das einzigste was noch übrig ist 1200 das längere und aufwändige stecke das hat beim ersten mal schon nicht wirklich gut funktioniert so jetzt wo wir mal tanken rein mit dem guten sprit jawohl gerne komm ruhig wieder ihr kommt sowieso alle wieder ich weiß ich habe den besten sprit hier in der wüste ich habe den besten sprit hier in der wüste der einzigsten wahrscheinlich ich habe den besten sprit hier in der wüste ich habe den besten sprit hier in der wüste ich habe den besten sprit hier in der wüste aber hat sich wenigstens gelohnt 40 kunden bedient zählt das tanken dazu oder zählt da nur die kasse die rumpeln die rumpeln hier alle so komisch der hat plattfuß der fährt in die werkstatt bin mir sicher ne gott nur schmutz ich meine es sind wüstig hier aber dass es so schmutzig ist also sorry stimmt was nicht weg damit tanken zackig zackig hier muss was gehen jawohl habe ich gut gemacht ne warte bestellung schneller das bisschen jetzt noch sitzen bleiben können unglaublich die was wollte ich denn hüte wollte ich auch holen ja alles drauf gepasst perfekt ähm teddies haben wir gekauft wieso kann ich die nicht einzeln platzieren kann ich die einzeln platzieren nein ja dann mach halt alles gut hat nicht gepasst auch nicht keiner kauft spielzeug da passt echt nichts rein in die eis drohen ne hier noch was aber sicher da geht noch richtig viel oh die ansaugtoiletten wieder was ist hier los ich muss mal aufhören ich habe da vorne leere Mülleimer extra geleert bevor ihr gekommen seid kann noch nicht sein kann noch nicht sein gar nichts auch nicht auch noch gehen die chips schon wieder aus auf chips stehen sie kollegen hier fehlt noch kaut tabak ja eine brille hast du nichts gefunden was du wolltest oder wie der officer sie haben doch eine brille auf der nase was sand not a problem ja das ja von wegen das ist also die errung schafft es meine frechheit muss ich mal sagen die errung schafft es meine frechheit oh ich muss mal wieder tanken gehen ich bin ja für die tankerei zuständig komplett vergessen ich komme kleinen moment bin schon da los geht's jawohl ich weiß ich kann meine arbeit pk aufgelernt jawohl so lifesaver ähm ja genug nur noch schocker das geht nicht hier und hier ein paar cookies noch rein ein ein und eine kasse ja schau Leute macht das schon wie sieht's mit der werkstatt aus muss ich da auch schon wieder zeug nach bestellen ich wollte nach der deko gucken aber habe ich ja nicht geschafft ne naja wir hatten ja alles bis auf den oh bis auf die sag schon rennstrecke da die brauche ich nicht das ist das ist käse das hat ich hoffe ich habe hier nicht nicht die 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 egal nicht geizig sein 600 dollar ich glaube das war eine autoreparatur also das lohnt sich glaube ich echt so nicht verlassen sondern erst mal ja passt tanken schnell schnell ein schickes auto lady schickes so aus californien die wüste ich dachte da gibt es nur surfing on the beach und strand und so wüste meine ganzen kindheitsträume zerstört ich bin schon wieder am kern mein gott warum schon mal seine mist das auch passt nicht ganz ok kaputze kann man noch mein gott auf die ständer passt echt nichts drauf katastrophe ja schön in mülheimer genau nur daten ja daten ja sowieso die drei musketiere die anderen zwei auch noch vorbeischauen wird noch aufkommen auch kraftstoff schon wieder wer meckert nicht meckern nächstes mal kostet es doppelte super gerne doch gerne bitte bitte hoch das war zu wenig aber trotzdem trotzdem gefasst lagerhausturm schnell bin schon da dieser komme ich hier nie durch hallo mitsi katze wie immer vom monitor rumlaufen das ist schön einmal zweimal das war es schon so abflug super hat sich gerade hingestellt ja kommt guck dass du rauskommst später mal länger dauert könnt ihr euch wenigstens da hochsetzen und gitarre spielen für mich während ich auslade aber ich glaube das wird wohl nix man schon lage wie sieht es da aus doch geht noch geht noch geht noch tanken muss man auch nicht dann kann ich hier noch doch muss man naja so machst du viel rein wie passt so haben wir noch was auf reserve hoch sorry lady aufpassen es gehen noch leute rum nee passt nicht mehr okay der sein können ich komme gleich so verteilen wir das ein bisschen ja dann halt so was gibt es hier noch wiegel wie passt nicht alles willst du mich veräpfeln so jetzt haben wir fix tanken gehen da staut sich schon wieder vorsicht katze aus der sicht und sorry sorry hier ist eine schwarze katze von links gekommen es hat dir pech gebracht nicht mehr hier ja jetzt kam sie von rechts ich bleib raus okay sie scheint sich beruhigt zu haben sie hat sich hingesetzt auf ihr deckchen hoch müll müll wir wollen kein müll ja die folge neigt sich dem ende entgegen hier mal kurz durchwischen wir haben wieder nicht viel gemacht außer sand gelegt naja die angestellten sind auch schon wieder erschöpft schnapps regal ist auch schon wieder fast leer eieieiei ist hier weniger sand geworden und der läuft sich mit der zeit weg oder wie ich glaube nicht oder könnte ja sein nein könnte nicht ok charlotte mach du mal erst mal bezahlen bitte und dann machst du mal pause so und dann schauen wir mal dann bezahlen wir mal alle und die maria darf die kasse bedienen bedienen die kasse äh du machst pause äh pause er ist grad beschäftigt mit was ach so mit reparieren so mach pause du tust wieder autos reparieren sehr schön und nina tut tanken und der chef tut wie immer kehrt oder soll nina kehren ach das nina markieren und ich tue weiter tanken werkstatt ja kommt gleich jemand äh elon du denkst doch drüber nach über das mit dem strom autos nein ok ok nein nicht gut job jawohl und damit mit dem good job ähm was das für diese folge ich fühl noch Zigarettenregal auf ok ja hallo lady ja schön popcorn mitnehmen jawohl sehr schön sehr schön oh ist auch schon fast leer ne 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 ok da müssen wir auch schon wieder nachbestellen haben wir noch Hüte ne jawohl sehr gut gemacht ja stimmt nina kehrt ja da kann ich mich ja mal zurückleben dem publikumsverkehr äh hier zu gucken also gucken ob ich beklaut werde oder nicht ja auf alle Fälle schön dass du da warst äh schau gerne wieder rein das war's für heute äh für diese Folge äh ciao ciao schau